So, dann wollen wir mal anfangen an A20, äh ZLF-Variante von V3D Line City, keine Ahnung wie es weitergeht. Ja, 21% muss ich bereichen. Das muss es. Das muss ich irgendwie quittieren. Dann. Dann. So. So. Gut. Und jetzt schauen wir, dass ich noch mal anfangen muss. Ah, da ist es ein Puppet. Ich habe einen Puppet. Ich habe einen Puppet. Das sieht ganz schick hier drin aus. So, ein guter Bus. Oh, das ist ja gut. Super, wenn... Joa. Ich bin gerade sowieso nicht nach Planfahr, jetzt ist ja auch egal wie ich gerade fahre. Ich dachte mir, ein wenig nur, hast du dir auch mal. Ein wenig, ööö. So, immer ja ein, solange die Zahne da gut sind. Hoffe ich dir nicht. So, das Licht ist überall an. So, schweb. So, ich denke, die Zahne sehr gut zu voll. So, ich denke, die Zahne ist glücklich. So, ich denke, die Zahne ist glücklich. Ah, verdammt, hätte ich schon wieder die Menschen müssen. Vielleicht hätte ich doch lieber ein größer und größer lieber sollen. Hey, Gudeau. Hallo. Joa, ne? Er fährt aber schlicht. Joa, klappe halt da hinten, du. Fahr ich oder fährst du? Dann jetzt hat man, wenn du fährst, kann ich doch auch sagen, boah, fährt hier aber schlicht. Dann will ich dir nur an mir umgemeckern, ich bin der Busfahrer und nicht dein, äh, Dina. Mann, du. Oh, fährt hier, fährt hier, ich fahr ja. Ich kann auch noch schlechter fahren, wie ich lebensgefährlich bin. Für euch nicht, für mich. Ich sitze zwar ganz vorne, aber ich lasse halt dann alles von der Seite rein quälschen, dann passt dann. Ja, klappe halten. Ich fahr viel zu schnell und hab nicht gesehen, dass da noch jemand rein möchte. Das ist, äh, immer nur voll mit Verschwerden hier. Da kommt schon wieder ein Bus dran geduckelt. Ey, hier will keiner rein, hier möchte aber auch keiner raus. Das ist super. Ich fahr, äh, hier hättest du nicht eingetrunken wer, beziehungsweise betrunken. Ne, nur eingetrunken. Ich halte ja noch die Linie. Scheiße. Boah, fährt der Scheiße. Ja, klappe halten, ne, hab ich von beiden schon gesagt. Kannst gleich gerne ausschlagen, bei mir was auch gerne, ey. Das sind fein, das ist scheiße, da kannst du aber scheiße laufen. Da hab ich hier nämlich auch mal die Nase voll von dir. Boah fährt der scheiße, boah fährt der voll. Ich soll vielleicht die ganze Zeit mit rumreißen. Boah fährt der scheiße, boah fährt der scheiße, jetzt interessiert mich doch nicht. Und hier selber Bus, Busführerschein, Personbeförderungsschein, dann kannst du hier mitdüsen. Da geh ich mal hinten rein und sag dann, boah fährt die scheiße, boah fährt die scheiße. Gut, die bestimmt auch nicht so teufel an, du... Weiß mal nicht wer das war, aber... Gibt bloß drei Personen, die es gewesen sein können, oder? Wird zumindest so genauer, der kompaktiert der kompaktiert. Eigentlich glauben wir nicht einfach durchfahren. Können sie nicht vorsichtiger fahren? Doch, könnte ich. Warum sollte ich? Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Eigentlich nicht, aber ich glaub der fährt doch ein Stück schneller als so'n Bus. Ich hätte gerne einmal der Schüler. Jo, dat ist dann auch einmal das hier, das ist das von Reisen, das ist das, das, äh das, und das ist das wieder so der nächste. Danke. Ich hab's ja mit Trotteln mit mir mal hier rüber zieht, denn wir lassen dich hier auf die nächste Spur ziehen. Ich wär gleich pampig, du... Komm, mach dich da vom Acker her, ich... Ich halt diesmal nicht an, ich fahr einfach drauf los. Koste ist was, äh, was ist voll. Ist ja sowieso nicht mein Brust. Zu schnell. Nichts. Ich weiß nicht, irgendwie... Komm, mach dich klar vom Acker, ich zieh jetzt hier gleich einmal rüber. Okay, jetzt. Und dass da mal ein paar Leute einsteigen. Zumindest eine Person, das reicht. Ja. Wo ist denn dein Ticket? Keine Zahlen der Kunde. Kein Gesicht mehr. Ich sag immer nichts, da gibt's ja zwei von den Sorten. Ist der andere, der jetzt Lobby aussteigt. Ah, ja, das ist der andere. Saftverfahrt, da irgendwo. Äh, wo ich noch auf mich raus hab, das ist... Okay. Schwer ist weiter, schwer hat keiner gemerkt. Die waren noch gelb, hab ich glaub ich gesehen. Ist das aus? Steigen der jetzt her? Äh, du musst ja bitte direkt so in die Stute dröden. Mal geschieber werden. Ich aber auch. Ja. So, Söhren. Ja, bis jetzt war eigentlich der Bus, das ist ein Überlandbus, das fängt vorne um kurz die Ahnung, das klärt sich. Aha, aha, nee. Vorhin nicht links klingelt, aber wenn ich links klingel, passiert irgendwas komisches. Das ist richtig, wenn ich die Pferde habe. Und wie langsam war mir noch ein Fenster oben. Was hat denn diese? Ich weiß gar nicht. Komm mal oben hier. Äh. Ich weiß gar nicht, was ich war. So, ich werde gleich definitiv wieder anfangen zu decken. Also dermaßen. Dass ich Probleme habe. Probleme haben werde. Ich werde Probleme haben zu lenken und zu bremsen, beziehungsweise den Reis zu fahren. So. Da. Oha, willst du einsteigen? Soll man mit kicken, ist aber nett. Ist ja eine Monatsfahrkarte. Hier sowieso ein... Wie heißt das? Soll ich schluck und die genug ist? Okay. Oha, ja, willst du ja ganz aber doch. Okay. Ich weiß ja auch nicht, weil ich mal alles von Monatskarte hier. Was zum Piepen. Ja, was, was, was gibst du mir jetzt hier an oben? Äh, okay. Oh, ich sollte vielleicht mal einfallen. Ja, klappe halt nochmal. Du musst das auch noch lernen. Da wie äh... Bilder. Diese Bilder verrückter. Ich muss da noch dran schneiden. Perfekt. So. Na. Ich wollte die eigentlich vermeiden. Ja, ja. So. 24 Ladervus. Ja, nicht mehr. Gut. Aber hier kann ich das fahren. Bitte. Wollen wir den aus? Können wir den auch mal aus? Oder sind wir jetzt automatisch runter? Ich bin gut. Ich bin gut. Man. Super, danke. Sieht nicht aus. War eigentlich ganz gut da. Ich würde ja auch noch gucken. Ach, okay. Ach, okay. Nicht vorher. Sie fahren aber schlecht. Ja, klappe halt. Du musst da bestimmt auch noch lernen, ne? Das dazu halten. In meinem Bus. Wenn ihr euch gegenseitig genauer unterhalten, aber nie bei mir ist, dann alles super. Wenn ich es nicht mitbekomme, könnt ihr auch gerne das tun. Hauptsache ihr haltet die Pressung, beschwert euch nicht. Und er fängt schon an. Ja, la la la. Mach's mal. Ich geht's mal. Äh, will noch jemand ansteigen? Nein, das ist kein ansteigen. Perfekt. Äh. Gar nicht. Ist der vorne den Bus? Äh. Doch. Ich vermute, dass ich kann doch ansteigen. Ich vermute mich ja noch nicht. Na, komm. Fahr, fahr, fahr. Ich rufe dich noch. Fahr, fahr, fahr. Ui, das könnte eng werden. Ich schaff das. Ich finde, äh. Äh. Das meine ich. Es wird ein Stück so viel. Oh, jetzt möchte er gar nicht mehr so weit rufen. Nein, das muss ich nicht mehr so weit rufen. Uiuiui Kacke Rotarm Wenigstens der Ampel Ich muss ja mal kurz nach rechts durchstücken Sehr schön Ich wusste nicht, dass du auch noch rechts abliegen möchtest Hey, was läuft? Okay, das ist ein Kostrad Das ist ein Kostradfahrzeug Das wäre ein Kostradfahrzeug Das wäre ein Kostradfahrzeug Das wäre genau ruhig geöffnet werden, ne? Guten Morgen Ja, guten Morgen Hallo Ich hab was mit einer Kostradfahrzeug, wo die Obringung Da ist gerade ab 9 Uhr ein bisschen noch, ne? Hast du noch ein paar Skündchen Zeit zu viel gehabt? Nein, ja, so der Herd ist immer wichtig Sonst hat er mal eine Kostradfahrzeug Hat er auch ein Kostradfahrzeug Ich will halt nicht einfach mal vorbeigehen Oh, hab' ich rausgepegelt Fakt Das war der Markt Günther Günther Markt Aha. Mann, witzig. Sportspiel. Breite Straßenbahn. Aha. Ui, da geht hier mal über die Straße, oder? Bewege dich. Fahr schneller. Und spült. Ich schaff dort. So. Mann. Ich muss hier nicht so schnell hoch. Es gibt ein Überauto, ich glaube nicht. Nächster. Einsteigen. Dieter, wer der? Guten Tag. Moin. Schnell, schnell, schnell. Danke. Das hier war es, oder? Nächster alte Stelle. Schlesow. Schlesow platz. So was vielleicht. So, da bin ich ja auch gleich schon fertig mit das hier, was? Das ist aber doof. Ich glaub, ich dürfte noch ein paar Musikchen länger fahren. Ich mach grad so viel Spaß. Könnt ihr dich vorsichtiger fahren? Äh. Doch, aber dann würde ich ja im Schneckentempo fahren. Aber ich ja auch nicht. Oder gar nicht, es wird mich gar nicht erst vorbewegen, es ist sogar noch besser, ne, da war ich vorsichtig, genug für euch bestimmt. Jetzt wird er nicht mal vorwärts. Oh nie, die Zeit. Aber es ist nicht wahr, ich guck mich so nie wie man muss. Ich frage jetzt um die ein paar Jährchen. Zwei oder sowas, was das ist. Seitdem ist da noch niemand, das ist da kurz und begegnet, der auch nur da reingefahren ist. Steht diese Ampel da überhaupt nicht. Fährt hier jemand rein, der wieder... Der wieder... Der wieder... Oh, ein Kollege. Komm, mach dich vom Acker. Ja. Ich fahre ein Bus, das könnte ein bisschen erneubring werden. Die Frage ist nicht für mich. Das war im selben Bus, aber... Ich habe einen separaten Stuhl. Der springste auch mit, aber macht nichts. Die schausten sind da drin. Wir gehen mal weg. Dann fahrn wir doch ein bisschen hier weg. Hast du den BKG jetzt schon da? Äh, ne. Ist ja halt. Okay, dann fahr ein runter. Ist das richtig? Ja, ist es so. sie fahren aber schlecht doch du auch und du gar nicht wissen von wem du fahren gelernt gar nicht? Das ist aber dumm Hallo Kurzstrecke für Schüler bitte Kurzstrecke für Schüler Moin der ist mit dem Fucki äh das hier ist was ich der Rode r bl 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 er fährt aber schlecht du auch Du auch. Oh, jetzt wollen wir gleich losfahren. Ah, noch ein Stück. Schweren haben sie... äh, beschwerten sich gerade den... schon mal einen Fortschritt. Schweren sich ja bei jeder Kurve die Klage. Richtig. Jetzt kommt ja gar keiner mit den Rücken. Oh, doch, damit geht jemand mit. Stopp. Wieso da steht ihr hier noch nicht los? Ich hab das nur los gemacht, aber auch für das die Tür aufmachen. Hilfe. Ja, aber dann wäre es ja jemand aufs Gaspedale gekommen. So schlecht fallte auch wieder nicht. Naja, lebensgefährlich. Und hab deutlich besperrt hat mich hingehört. Ich wusste grad bremsen, mir ist irgendwas aus... äh... Gaspedal gefallen. Bestimmt nicht, alles gelogen. Ey, Höfe. So, da sitzt... Ich geh nur auf die Armlehne. Komm, mach die klar vermakke jetzt mal eine Spur. Ah, nee. Ja, die fahren dann schon auch so relativ gut. Oh, Trabi. Junge. Also, bauen mal was Neues. Oh, nee. Okay, Leute. Na ja, doch noch fahren wie ein Henker. Oh, von mir aus auch... Hört ja auch dort an. Oh, Fenster lassen wir natürlich auch... So ein bisschen laut. Keiner wollte ein Ticket haben. Schwarzfahrer. Na ja. Komm, mach mal fertig bei hier. Oder lässt nichts raus. Wer ist noch mal hoch zu schreien. Und ich doppelt so viel geklappt. So. Hier. Das geht halt hier. Ja. Ja. Das hier. Wo ist noch? Aber da sehe ich irgendwie... Das ist das zweite Mal nach wo sonst... ...und da ist die Maki-Güttler noch... Irgendwer... ...gequatscht da. Geht leider nicht. Da ist halt ein Wege. Polartortale zu. Oh, ich weiß nicht. So, der ist rüber gedackelt. Äh, rüber gedackelt. Ich... Ich feiere hier rüber. So... Räten... Ist hier... Ist hier... Ist hier... Mal wieder eine... Vollbremdung von 74 Grammaten oder so. Ich tue es. Beim nächsten Beschwerden. Und wenn die war... ...die nächsten Alte... Äh... Ich glaube, hab ich leider nicht gesagt, dass es letztlich war. Na, mach mal trotzdem. Jana. Ich hätt wieder.... Hund, spürt Bach... Und vonchaft? Da muss ich nh ubehalten beim Heinen und Aussteigen. Geilt gerne, sobald ich am Baune isst, dass ich die lohste. Der plugged Resident100 hat viel Spaß verschlagen. own. Oh, das geht jetzt schon so weit. Komm, mach dich da vom Hacker hier. Hopp, 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 hopp. Jetzt lässt er mich nicht nach vorne. Genau, komm, mach hin, ja, ich hab mich nicht da. Ja, schön, wenn du jetzt bremst. Bremst du, die was sagen, bis zum Arten? Der Typ freut dir den Arschloch, weil der da vorne ist. Der da vorne, der da vorne, der da vorne. Ah, nicht bremsen. Die Spur ist frei. Wollen wir uns dann vorbei sprechen. Ey, das ist noch... Ne, war denn Kirschgrün, war das? Oh, mach dich da mal von der Sorte. Das war noch Kirschgrün. Nein, 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 nein. Kann man einfach mal schmuggeln? Hallo. Moin. Ja, brauchst du nicht, einfach vorbei mit. Ach, es wurden die anderen hier, die ganzen Schwarzfahrer. Ich gucke mir so gut wie jeden den Bus an. Ich gucke mir so gut wie jeden den Bus an. Ich geb' ja auch ein paar, die machen ja nicht schweißen, ne, auch immer. Der sitzt zwar nicht so weit vorne, ist das... Okay, da kippt's schon mal ab. Das war ein Doppelplatz. Das war ein Doppelplatz. Ich hab' ja... hinter mir ein Doppelplatz. Die Doppelplatz, oder? Das war ja leider auch. Oder es war ja kein Doppelplatz, oder? Das war nicht so gut. Na, ich glaub das war jetzt auch ein Doppelplatz. Was hier ist es? Da ist doch nur noch eine Person drauf. Ach, oder? Die war halt wie eine rote Ampel. Boah, halb wäre die eigentlich schon gerne, äh, schon gerne nochmal gekickt. Die wollen ja immer... Kann die am Magenhallen aussteigen? Das lasse ich aber nicht zu. Ich muss jetzt zwei Leute aussteigen, und der Rest fährt mit mir zu machen dürfen. Oh, das muss reichen. Oh, der Sack kann drinnen bleiben. Ich weiß nicht warum ich jetzt nicht so eng warte, aber... Es hatte bestimmt seine Gründe. Oh, letzte Haltstelle, mach Handelweg. Wer den aus meinem Bus raus will, den prügel ich halt raus. Und mir danach noch schöne Pippe an, die, äh... Wenn die dann schön ausgeraubt ist, schlitz ich euch... Zigarettenstummel da... ... in die, äh, Stute rein. Ich würde mal so aus Spaß, weil ich fern dran. Oh, 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 oh. Ja. Ich merk, ich fahre ganz deutlich nach... Ja, okay. Da knallt gleich. Warte, ist ja hier eine... Mann. So, ich würde dann mal sagen. Ich mach euch damit ja voll, das ist... Wie soll doch die ganze Zeit jetzt doch gar nichts wieder zugemacht. Verwirrend. Verwirrend. Oh, Linie Kurs machen wir nicht. Äh, Route machen wir ordentlich. Äh, die zweite Route 0,0 ist von uns für mich eigentlich gar keine Route. Äh. Äh. Mach ich den Pussy, weil das hätte ich für den nächsten Punkt legen, der dann zu einer halben Stunde kommt. Hat gut gepasst, hat gut gepasst. Also, ein Stück vorwärts. Ah, zu weit. Na, noch ein Stück. Das muss reichen, Herr Bord. Oh ja, wir haben beide Türen aus und ein Schwer-Türen an. Nicht aus, äh. Boah, das ist die richtige Partymusik hier, du. Nein. So, das war's dann aber auch mal wieder von hier. Mit einem schönen Verkehrschaus. Kan's getauscht. Was war's? Ja, das ist ein bisschen.